Bisher war es so. Sie haben ausgefüllte Formulare selbst im Jobcenter abgegeben oder mit der Post geschickt. Das muss jetzt alles nicht mehr sein. Sie wollen Leistungen beantragen? Sie haben ein Kind bekommen und wollen es uns mitteilen? Ihre Adresse oder Ihre Bankverbindung ist neu. Das geht jetzt alles online. Das Jobcenter ist nun auch digital erreichbar. Füllen Sie Ihre Anträge auf Weiterzahlung von Arbeitslosengeld II oder Ihre Veränderungsmitteilungen ganz einfach online aus. Ein Klick und es ist im Jobcenter. Zusätzliche Unterlagen können Sie einscannen oder mit Ihrem Handy fotografieren. Dann laden Sie es in Ihr persönliches Benutzerprofil hoch. Wie kommen Sie dahin? Nutzen Sie einfach Ihre Zugangsdaten für die Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit. Wir erstellen für Sie auch gerne neue Zugangsdaten und helfen Ihnen bei der Einrichtung Ihres persönlichen Benutzerkontos. Dort sind Ihre Unterlagen sicher hinterlegt. Mit Jobcenter digital können Sie Ihre Anliegen ohne Wartezeit von unterwegs oder von zu Hause aus erledigen.